Musik Nein, der Kameramann ist nicht besoffen. Sie sollen diese Kunstwerke nicht erkennen. Um sie hätten sehen zu können, hätten sie in die Ausstellung 360 Minutes Art im alten Gericht nach Wiesbaden kommen müssen. Und tatsächlich, von den knapp 100 Gemälden und Fotografien der acht zeitgenössischen Künstler werden die meisten noch am selben Abend verbrannt. Wir begrenzen diesen ganzen Prozess der Ausstellung auf sechs Stunden, damit die Leute einfach wieder fähig sind, die Kunst wahrzunehmen. Es sind sehr verletzliche gemalte Porträts, halbe Gesichter, dreiviertels Gesicht, sehr, sehr, sehr expressionistisch, farbstark und expressiv. Die Frankfurter Malerin Johanna Rutkowska hat immerhin zwei ihrer 16 Gemälde verkauft. Die Freude ist groß, auch bei Sven Sauer, der sogar alle seine sieben Bilder veräußern konnte. Die Besucher? Das ist einfach so eine Momentaufnahme. Man sieht die Kunst und wenn sie quasi keinen Gefallen findet beim Publikum, ist sie hinterher einfach weg. Es ist halt auch konzentriert. Man nimmt es anders wahr, als wenn man weiß, es kommt morgen, es kommt übermorgen nochmal wieder. Am Ende eher gemischte Gefühle, vor allem bei den Künstlern. Während das Publikum teilweise klatscht, müssen sie ihr Gemälde zerstören. So auch Baba Knafari. Immerhin hat er als Ideengeber erreicht, dass sein Konzept 360 Minuten Kunst Schule macht. In Dresden, München und Warschau sind die nächsten Ausstellungen geplant. Vielen Dank.